Die AfD stürzt tatsächlich auf ein Jahrestief in der aktuellen Umfrage, denn jeder vierte Wähler ist weg. Wir gucken uns das genau an und auch müssen wir darüber sprechen, woran liegt denn der Grund, dass die Leute jetzt offensichtlich von der AfD Abstand nehmen? Oder ist das nur Wunschdenken von der Presse? Denn wenn wir uns die Details dazu gleich genau angucken, werdet ihr wissen, was ich meine. Und natürlich auch der Gedanke, woran liegt das? Liegt das vielleicht an der SPD-Dönerpreisbremse, die jetzt hier gefordert wird? Du kannst es dir an Lächerlichkeit wirklich nicht mehr ausdenken, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo da lassen. Unbedingt Abo und auch die Glocke mal kontrollieren. Hab wieder mehrere Kommentare gelesen, dass da wieder mal das Abo, surprise, surprise, verschwunden ist. So, und dann die Bild, es kommt mir vor, sie feiern es. Sie freuen sich in jeder Zwischenzeile, wenn es hier heißt, jeder vierte Wähler ist weg. Die AfD stürzt auf ein Jahrestief mit einem dicken, fetten Ausrufezeichen. Bei den Grünen konnte ich das so noch nicht feststellen, aber vielleicht habe ich es ja nur übersehen. Und dann ist es nämlich tatsächlich jetzt so, dass die AfD hier im Insameinungstrend für die Sonntagswahl, und also Bundestagswahl am Sonntag, so ist es schon mal später, hier bei 17% angekommen ist. Man macht also einen Vergleich mit einem Wert vor einem Jahr. Anstatt hinzugehen, mit einem Wert zur Bundestagswahl 2021 zu vergleichen. Da würde man dann nämlich sehen, dass sie massiv gestiegen ist auf 17%. Von wie viel hatte sie da? 11, Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schreibt es mal gerne in die Kommentare unten rein. Aber offensichtlich möchte man diesen Vergleich nicht ziehen. Nichtsdestotrotz, man kann natürlich so argumentieren, okay, sie standen vor einem Jahr besser da. Keine Frage. Da muss man sich ja fragen, woran kann das gelegen haben? Oder woran liegt das aktuell, dass sie nicht mehr auf 20, 21, wir waren sogar mal auf 23% kommen? Das sind 6% weniger für diese Umfragen. Das kann man auch nicht abstreiten, keine Frage. Da muss man sich fragen, woran das liegt. Erstens, beispielsweise an der Berichterstattung über die Situation in Potsdam. Wie sieht das jetzt nochmal genau aus mit der Situation in Potsdam? Sind da die anwesenden AfD-Politiker? Sind die CDU-Politiker, die auch immer wieder gerne vergessen werden? Und auch die Mitglieder der Werte-Union-Partei? Sind die alle irgendwie angezeigt worden? Sind die vielleicht schon verhaftet? Sind die schon im Gefängnis, weil sie eine Verschwörung dort geplant hatten oder ähnliches? Nichts dergleichen. Gar nichts ist passiert. Im Gegenteil, die Berichterstattung wurde in der Presse versucht auseinanderzunehmen. Zumindest in der freien Presse ist das passiert. Wo man dann wirklich realistisch über die Situation berichtet hat. Aber auch wieder hier nur ein Schellenbeböses. Da bedenkt, dass man hier mit dieser Aktion versucht hat, die größte Oppositionspartei in den aktuellen Umfragen wirklich massiv zu schädigen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und dazu kommen dann andere Situationen. Wie beispielsweise Björn Höcke, der vor Gericht steht und sich wegen der Aussage alles für D vor drei Jahren verantworten muss. Meiner Meinung nach absolut lächerlich, was hier passiert, wie der Staat sich hier verhält, dem nachzugehen. Und dass so etwas vielleicht sogar wirklich unter Strafe steht. Absolut unfassbar. Dann sehen wir natürlich die nächste Situation. Dr. Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der EU, wird wie ein Tier durchs Dorf getrieben. Also wirklich auch keine schöne Berichterstattung, keine seriöse Berichterstattung. Einmal über die Situation mit Russland, was ihm danach gesagt wird, wo keinerlei Weileweise mehr vorliegen oder auch vorgelegen haben. Dann die nächste Situation um seinen mittlerweile ehemaligen Mitarbeiter, der wiederum angeblich ein Spion gewesen sein soll, der aber auch wiederum von Maximilian Krah eingestellt wurde, ohne das Wissen, dass er eben ein solcher war. Also warum lastet man das dem Herrn Dr. Krah an? Verstehe ich bis heute nicht. Konnte ich auch noch in keiner Pressemitteilung oder sonst irgendwo eine Erklärung für finden. Denn offensichtlich wussten die Behörden ja um die Vergangenheit des Jian-G-Punkt Bescheid. Warum hat man den Herrn Dr. Krah nicht darauf hingewiesen und davor gewarnt, wen er da eingestellt hat? Ein Schelbeböses dabei denkt. Und natürlich gibt es auch noch die Situation um Peter Pestrand, der für die AfD im Bundestag sitzt und man hat auf einem Video angeblich Geldrascheln gehört. Dieses Video wurde bis heute nicht veröffentlicht. Und bis dahin, bis die Schuld eines Menschen bewiesen ist, gilt er für unschuldig. Ganz einfach. Aber dass hier eine Vorverurteilung in der Presse stattfindet, Das ist doch ganz klar. Dass wir auf der anderen Seite aber, beispielsweise für den lieben Robert Habeck, unseren Wirtschaftsminister und sein Ministerium, keinerlei große Berichterstattung neben dem Cicero, der die Unterlagen aus dem Wirtschaftsministerium freiklagen musste, damit wir Bescheid wissen über die AKW-Abschaltung, was da intern besprochen wurde. Darüber wird wenig bis gar nicht berichtet. Das ist halt wirklich der größere Skandal, wie ich persönlich finde. Und jetzt muss man uns natürlich hier einen weiteren Gedanken darüber machen, nur das ist natürlich ein bisschen amüsant gemeint an der Stelle, ganz klar nicht falsch verstehen, dass dann hier solch ein Bild per Ex aktuell kursiert. Das scheint dementsprechend kein Fake zu sein, denn das Ganze geht nämlich hier zurück auf den Europawahlkandidaten der SPD, Frederik Augustin. Und er möchte die sogenannte Gen Z, also Generation Z erreichen, mit seinem tollen Plakat hier, Zitat, wir machen den Döner wieder 3 Euro. Also so viel auch zum Thema Deutsch, Rechtschreibung und Grammatik, aber gut. Und dann heißt es hier mit Kevin Kühnert, am 10. Mai, Seven Days Döner, Hauptstraße 21, das scheint wohl ein Lokal zu sein. Was will man dazu noch großartig sagen? Also, dass die Sozialisten offensichtlich noch nie was von Wirtschaft verstanden haben, zeigt das ja mal wieder par excellence. Denn was hat die SPD jetzt vor? Was möchte sie tun, um den Dönerpreis wirklich auf 3 Euro zu senken? Möchte sie den Mindestlohn senken, den sie gerade erst in der Ampelkoalition massiv erhöht haben? Möchte sie die Mehrwertsteuer für den Döner senken, den sie, oder wo Scholz ja auch versprochen hat, dass die Mehrwertsteuer auf Restaurantbesuche von 7% nicht mehr erhöht werden würde, auf 19% wurde dann ja doch zum Anfang diesen Jahres gemacht. Und man sieht ja die Folgen dadurch. Die Folgen dadurch, dass sich viele Leute aus Essen gehen nicht mehr leisten können, die es vorher vielleicht noch konnten, und dass zahlreiche Lokale einfach pleite gehen, weil es nicht mehr funktioniert, weil die Kunden ausbleiben. Oder, dritte Möglichkeit, möchten die SPD tatsächlich Kleinunternehmer, wie jetzt so eine Dönerbude hier steuerlich entlasten? Hm, weiß nicht. Oder soll vielleicht, was haben wir noch, ein sogenanntes Dönergeld eingeführt werden? Ist das die Idee, die dahinter steckt? Oder möchte man einfach hingehen und den Döner in der Größe halbieren, damit er nicht mehr 6, 7 Euro kostet, sondern noch 3 Euro, weil er die Hälfte der Größe hat? Was hat die SPD hier vor? Was ist das für ein Quatsch, der hier gefordert und gemacht wird? Vielleicht wäre es mal sinnvoll, wenn wirklich einer meiner Punkte, ich glaube, der dritte war es, sorry, eingesetzt würde, das soll heißen, dass man hingeht und die Steuern beispielsweise massiv senkt. Und wie wäre es zum Beispiel mit einer Streichung der Einkommenssteuer? Dann könnten sich die Leute auch locker einen Döner für 6, 7, 8, 9 oder gar 10 Euro leisten. Dann wäre das doch gar kein Problem mehr. Und dann könnten die Kiddies, die jetzt hier wahlberechtigt sind, von ihren Eltern auch ein höheres Taschengeld bekommen, wenn sie weniger, die Eltern, an den Staat abdrücken müssen. Und nicht hier einfach etliche Monate lang für den Staat sich den Allerwertesten aufreißen müssen und bis zum, wann war es? Ich glaube, 13.7. letztes Jahr, 14.7. um den Dreh rum, arbeiten müssen, bis sie ins eigene Portemonnaie wirtschaften. Das ist doch die Realität. Und das ist ja noch nicht mal die komplette steuerliche Belastung, die man in Deutschland hat, sondern die liegt ja noch mal deutlich höher, wenn man dann wirklich etwas konsumiert. Also von daher, wieder mal absolut utopisch, was hier gemacht wird. Und deswegen, ich finde es wie immer wieder erschreckend, wenn solche Parteien dann hier sich auch noch tendenziell im Aufwind befinden. Schreibt eure Meinung dazu gerne unten rein. Was haltet ihr von diesen beiden Themen? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten und ciao.